willkommen zurück zu tecken 7 nach drei wochen glaube ich ist es mal wieder soweit oder nach zwei wochen ich weiß es gar nicht ich habe mir sagen lassen dass die online spiele jetzt besser sind dass es jetzt besser funktioniert und ich will einfach mal ja dran glauben und einfach mal eine suche starten und wir spielen natürlich wieder mit einem neuen charakter ich habe leo gespielt den habe ich jetzt auch auf warrior ich glaube ich glaube das wisst ihr noch gar nicht aber ist auch egal ich hatte ja links ich hatte in dieser ich hatte joshimitsu und leo ich glaube nur drei folgen hatte ich auch gemacht tatsächlich diese folge werde ich aber mit ich weiß nicht mit leo oder mit bob oder vielleicht doch mit eddie wir zeigen mal eddie komm eddie ist ein richtiger arschcharakter und habe ich noch gar nicht gespielt hier bei tecken bei tecken 7 und er ist natürlich genauso wie in allen anderen tecken auch einfach nur asozial aber die werden auch ihre mains nehmen mein main ist zwar leo ist halt so aber den will ich halt nicht noch mal zeigen so den geilsten trick den ich machen kann ist der tatsächlich ich habe auch mit denen noch nie geübt muss ich ganz ehrlich sagen zack so auch mitspieler jawohl kommt zack 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 los 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 ja wow wow und bämm komm her kazuya uhr uhr oh kommt ja uhr 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 geil uhr 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 Loll. Oh, cool. Ui, da kommt die Waschmaschine. Yeah, komm, komm schon, ey. Bitte, ich möchte jetzt gegen den Gegner kämpfen. Was ist denn das? Ist schon gar nicht mehr gut besucht, kann das sein? Ich hab ne andere Idee. Ich hab ne andere Idee. Ich werd das mal wieder hier eingrenzen. Ich werd das mal eingrenzen. Also bisher funktioniert es irgendwie so gar nicht. Schade, schade, Schokolade. Eigentlich, ja, ich weiß auch ganz genau, dass ich ihr noch eigentlich jetzt Battle zeigen wollte mit meiner Frau, weil die hatte am letzten Tag, bevor ich mit ihr aufnehmen wollte, gesagt, ich hab keinen Bock drauf. Äh, ja. Kann passieren. Wenn man keine Lust drauf hat, dann ist es halt so. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Dann könnt ihr noch die hübsche Nina bestaunen. Warum auch mal die heiratet? Ich weiß es gar nicht. Hat das einen Sinn? Ja, ne? Warum hat die eigentlich am Brautkleid eine Pistole und ne... Ist das eine Nervengiftgranate? Oder eine Nervengasgranate? Alter, man sieht ja eben... Naja. Ne? Genau. Hauptsache Tittenphysik. Zack. Zack, 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 zack. Höh, was war das denn? Ha, ha, ha. Wui. Wui. Ja, das ist hier... Einfach nur Button-Smashing, was ich hier gerade betreibe, aber es ist lustig. So, jetzt leg dich auf... Alter, hab ich hier gerade... Ich hab hier gerade den, ähm... Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Komm, bitte. Ja, ich... Ich möchte. Ey, bitte. Ja! Ein Kampf! Leckt mich am Arsch! Ein Kampf! Get ready for the first battle, wo ist er, ey? Oh Gott, jetzt kommt gleich Yoshimitsu, Jin, Kazuya oder Steve... Alter, leckt er gar nicht. Leckt ja gar nicht. Steve ist übel, Steve ist richtig, richtig übel. Und ja, ich weiß, ich soll noch meine... Der ist Beginner, aber mit vier Siegen. Und ich hab so ne geile Karte da und null Siege. Oh, scheiße, ich werd jetzt richtig hart auf den Sack bekommen, ey. Okay, ich bin gespannt. Oh, du Penner, Alter! Zack, zack, zack. Okay, der ist einer, der kann nicht so gut blocken, glaub ich. Oh, nein, 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 nein. Nein! Nein! Scheiße, ich hab nicht geblockt. Ihr habt's gesehen. Das gibt ganz schön Kopfschmerzen, ey. Wenn man da auf den Kopf knallt, ist das nicht gut. Okay, der kann doch blocken. Alter, was ist das denn für ein Typ? Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Du bist so ein Hurenkind. Deine Mutter war ein Straßenfeger, so. Das kann doch nicht wahr sein, wie schnell ist denn der Typ? Das ist so... Ja, der hat getroffen. Habt ihr das gesehen? Nein, jetzt bin ich... Ach, komm, ey, das ist doch... Steve ist einfach zu gut. Der ist viel zu schwer. Nee, komm. Da hin. Oh, Mann. Ich weiß, wenn man Eddie kann, ist man wahrscheinlich auch ziemlich gut. Aber Steve... Ja, ey, was hat der für Kombos rausgehauen? Komm, geh ab da oben. Oh, noch einer. Bitte nicht derselbe. Ich hab mir den Namen gemerkt. Okay, ist ein anderer. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ach, wieder so ein schneller. Ich weiß, ich darf mich nicht darüber aufregen. Ich hab selber einen schnellen Charakter. Ich bin kein King. Also, King im Sinne von Charakter-King. Aber trotzdem, wer... Wer ist denn das jetzt? Who wrong, oder... Wer ist das? Oh, das ist Dragunov? Nee, wer ist denn das jetzt? Elf Sieger. Ach, du altige Scheiße. Ach, das ist Claudio. Gott, hat er den verunstellert, ey. Nein, nicht Wallbang. Nicht Wallbang. Fick. Wieso denn? Das ist ein Scherz. Da war ich viel zu weit weg. Leute, ich bin gar nicht umgefallen gerade. Ja! Am Arsch. Also, online kann ich gar nichts. Also, ich glaub, online... Jetzt reicht's. Komm, bitte. Ja, bringen wir's zu Ende. Das wär schön, aber das ist nicht so. Ich hab geblockt! Das gibt's nicht! Ich hab sowas von geblockt. So geblockt hab ich noch nie. Also... Ja, hast du nicht gerechnet, ne? Bitch. So ein kleiner Tritt, Alter. Was war das denn? Nee, ich hab geblockt. Oh, nee, ist's... Nein. Nein! Fick dich! Ja! Oh, Gott sei Dank. Ich hab einen Punkt geholt, ey. Oh, oh. Ist zwar ein bisschen übel, das Ende, aber es ist mir so egal. Alter Falter, ey. Scheiße, ich kann ja gar nichts. Nein! Ich wollt doch... Nö! Ich wollt nach unten. Ich wollt nach unten. Halt doch! Hallo? Das gibt's nicht. Komm, bitte, 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 bitte. Ich hab schon wieder geblockt. Ich hab schon wieder geblockt. Ich habe schon wieder geblockt. Das... Das ist ein Scherz. Ich brauch gar nicht... Ich brauch gar nicht online spielen. Das geht einfach nicht. Ich bin viel zu schlecht. Dann lieber Treasure-Kampf. Ganz ehrlich. Ich hätte wirklich ganz gerne Versus gespielt, weil mit zwei Leuten, die nebeneinander sitzen, also quasi Splitscreen, also Couch-Gameplay, ne? Da nennt man das ja... Das macht nur noch am meisten Spaß, finde ich. Man kann sich gegenseitig schlagen. Das ist... Das ist einfach lustiger. Aber... Ne. Das geht einfach gar nicht. Schade, schade. Online bin ich echt ne Niete. Ich weiß, ich nehm auch Charaktere, mit denen ich noch nie wirklich was getan hab. Geübt hab oder so. Aber ich kann euch auch nicht immer denselben Charakter zeigen. Ich bin ja... Jemand, der will immer gerne alles zeigen. Jeden Charakter, alles mögliche. Und deswegen... Ja, wunderschön. Gott sieht der aus, ey. Oh, ich möchte die Marki da ganz hinten mit haben. Und ich hab grad Bock auf... Stoogie! Nein, du sollst doch ne... Du sollst halt das hier machen. Die Todes-Kombo. Was war das denn? Teleportation, ey. Alter, Fight, ey. Es tut mir wirklich leid, aber... Die nächsten... Äh, die nächsten drei Tekken folgen. Ich versuche noch die nächsten zwei Tekken folgen. Weil ich werde heute nicht alles am Tekken aufnehmen. Glaube ich. Äh, ich versuche die... Ey, ich hab geblockt. Ich versuche die dann noch mit Jaden aufzunehmen. Anders geht's ja nicht. Ich glaube, dass es nicht ganz so langweilig wird, sag ich jetzt mal. Oh, tausend. Hui. Mensch, ich bin reich. Ich bin richtig reich. Und ich hab auch schon fast die Platin. Ähm... Eine Trophäe, die richtig hart ist, fehlt mir halt noch. Und zwar... Wie sieht die denn aus? Ey, krass. Ähm... Na, wie ne... Ja, im Treasure-Kampf. Da fehlt mir ne Trophäe. Oh, das wollte ich gar nicht, aber ist cool. Das arme Mädchen. Wie sieht die nochmal? Äh... Josie? Ja, ne? Ich glaube schon. Ach, come on, Alter. Ja, der Standardsprung, ich weiß. Nein, jetzt mach doch nicht. So. Ne Zuhälter-Schelle und dann war's. Zack. Auch wenn das, glaube ich, keine richtige Schelle war. Ui. Ne Rundbrille. Oh, gegen einen Steve. Aber der ist nicht so schwer wie... Wie der gute Online-Spieler. Was war das denn? So, jetzt reicht's. Bam. 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 Und... Ka-Bam. Ach, scheiße, ey. Warum macht der denn... Wui. Warte, ich will ja mal den Trick sehen hier. Ach, der macht einfach nur rückwärts vor. Das war's. Alter, guckt euch das mal. Hat er grad den Falcon Punch gemacht, oder was? Alter, okay. Jetzt werde ich nichts mehr ausprobieren. Ja, das muss sein, ich weiß. So, das war ein bisschen asozial, aber ist okay. Nee, mit Eddie kann ich wirklich gar nichts. Aber es gibt Charaktere, mit denen kann ich noch weniger, also... Oh, ne Posaune. Das ist wichtig, das braucht man. Ich wollte heute eigentlich alle Folgen aufnehmen, alle drei, aber das Problem ist halt wirklich, online kann ich nix. Oh, Tobokampf ist lustig. Gegen Akira, nee, Akiza. Geht doch noch und, denn. Wie geht's dir ab? Schön gegen die Brust geschlagen und tot ist sie. Was war denn das, bitte? Und ne Silbertrophäe, okay. Äh, Truhe. Drachenkopfe fängen. Naja. Naja. Da muss ich mal morgen meinen Kumpel herholen, ne? Okay, das passt so gar nicht zu Lee. Äh, Lore meine ich. Lee ist ja wer anders. Heiahu, heiahu. Aber Lore ist schon geil eigentlich, also der, der kann einiges. Bam, bam. Lore noch schwinden vorne drauf. Hier so, da, oh ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ui, ich kann rückwärts wollen. Yay. So, lol. Der hat nach dem vierten Mal ersten Angriff gemacht, der nicht mal stark war. Ach komm, ach komm, ach komm, ach komm. Weißt du was? Ja, ist der. Ich glaub, er wird sterben, oder? Na, nicht ganz, glaub ich. Doch. Oh. Ja gut, ich glaub, das war's dann auch für die Folge. Ich weiß, ich mach mal bis zu 25 Minuten, aber, äh, ich merke, es ist einfach, WTF, ey. Ich merke, es ist einfach nicht so das Wahre beim Aufnehmen mit Treasure-Kampf oder, äh, klar, Arcade wäre doch ganz lustig, wie immer, aber, äh, das hier macht schon mehr Spaß. Aber ich guck mir mal ganz kurz was bei Versus an, äh, wie das da abläuft, damit ich das für morgen schon mal weiß. Weil eine Folge kommt ja am Montag raus, also für euch. Jetzt muss der zweite auch Option-Taste drücken. Ich nehm mal kurz hier Olle Jin, äh, Kazuya meint. Ne, geht nicht, schade. Na gut, wir sind uns dann zur nächsten Folge von, äh, Tekken 7, diesem dann aber wirklich hoffentlich nicht alleine. Und, ja, dann, bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao.